Mein schönster Moment als Lottomillionär? Mein grosser Jackpot aus dem 09. Gut investiert in Münz. Bei jeder Tätigkeit, die ich mache, suche ich Zahlen. Das Brainstormer beschäftigt mich eigentlich den ganzen Tag. Es wirkt so zufällig. Aber wenn wir genau hinschauen, hat das alles System. Ich bin immer ready, dass die Zahlen mich anspringen können. Und so diszipliniert aufmerksam schauen und danach hat man seine Zahlen. Swiss Lotto. Niemand macht mehr Millionäre.